Gut, dann fehlt uns, ah Alter, hier fehlen uns allein noch zwei, hier, bei der Radarfalle, direkt bei der Radarfalle ist eins, hab ich echt nicht? Okay, wir drehen mal rum, fahren auf die Straße links rum, okay, go, 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 jetzt können wir jetzt mal ein bisschen sparen, da ist direkt, sind noch direkt welche, hab ich gar nicht, gar, ich wusste, dass ich komisch war bei der Radarfalle, hab ich jetzt glaube ich abgefahren, warum ich noch ein Schild nicht gesehen hab, das ist mein Rätsel dazu, warum das nicht aufgedeckt worden ist, eher, weil normal werden die aufgedeckt, ja, auf jeden Fall, den McLaren werden wir auch heute noch fahren,